es ist keine übersetzung kein kontakt okay dann lassen wir es auf keinen kontakt wenn schon so eingestellt ist ich hab mich wie aufgelöst dass er darauf verprügelt wird was so wecker ist das denn jetzt hier ach du reingeschriff ich habe kein kontakt ist weiter damit sonst nicht zweit in die links passt für die röhre kaputt waren okay das ist immer gut da brauche ich dich darum aber ich glaube das ist nur so ein funding weil das war die ganze kreis fährt so wie aus von kathrin ja ja Ja. Ja. Das habe ich jetzt eigentlich die Ami-Flagge, ich habe extra deutsche Flagge aus. Ich habe auch eigentlich die deutsche Flagge dringend. Yay! Gewonnen! Er hat durch Papier Rund 3.0, wo ich 10 Runden machen könnte. Ja, ich wusste nicht, dass es das ist. Dann könnte man nochmal machen, wo dann geht er nicht, ne? Das ist der Playlist. Ja. Ich dachte jetzt gerade schon Yvonne hat gewonnen. Nee, ich habe gewonnen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Hast du deine Zwillingenschwester herangeholt, Yvonne? Ja. So. Ja. Welche Neuanfang dann richtig? Card kick. Das war es doch. Das war sonst ein bisschen kurz, das Ding. Ja. Aber die Crewfahrer muss ich mal noch ändern, die gefällt mir nicht. Hm. Ja. Sven! das kommt dann wollte ich schön ausladen da geht es los die gewisse die gewinnmarkt das ist ich weiß nicht vergessen ich weiß falsch muss wieder zurück ja das ist okay wo er macht ein trifft ich habe auf die reifen gesetzt und coole strecke muss ich sagen naja nicht so irgend bis überlaufen bisschen viel ja aber das ist doch gut dass wir jetzt wenn du mal so wie jetzt alleine fast musste trotzdem die ganze zeit natürlich aufpassen ja 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 ich will in den Arm aus mein Bild schüren manche Fünfte hey stimmt den Arm kann man auch woanders hin tun den Ellbogen ja mit Gewalt mit Kraft die 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 aber trotzdem alleine auf die idee zu kommen diese strukturen und alles aufzubauen ich tue mich immer so schwer wenn ich rennen der stelle irgendwo was interessantes zu finden wo man das hinbekommen kann also ziehe ich da mal minutag vor wenn jemand auf solche ideen hier kommt da schon sehr kreativ auch mit denen auch mit diesen oben drüber unten drunter und so das ist nicht einfach das ist auch alles passt dass du das auch trotzdem runden durchkommen ist das ich finde schon gut gemacht kriegt er sie vielleicht noch kriegt er sie vielleicht noch als ob ich die doch kriege ich habe ja mit mir selber zu kämpfen als wir jetzt da jetzt auf sie zu kriegen ich glaube nicht weil sie jetzt nicht da einen mega fehler drin hat dann denke ich mal nicht also meint ist es definitiv nicht ich hoffe es hat gesagt nein Hey, meine Gesamtpunktzahl ist 69. Was sagst denn dazu, Ivan? Was sagst denn dazu, Ivan?